Musik Es geht wieder in aller Früh los zum Sequoia Nationalpark. Und wir sind nicht die Ersten, die wach sind. Überall laufen Truthähne herum. Wie man sieht, kann man im Park direkt neben der Straße parken und bereits die morgendliche Aussicht genießen. Hallo, guten Morgen aus dem Sequoia Nationalpark. Wir sind jetzt bereits schon am Redwood Overlook und Kings Canyon Overlook vorbeigefahren, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gehen wir den Buena Vista Trail zum Peak hinauf. Dann kommt doch mal mit. Musik Dieser 1,6 Kilometer lange oder besser kurze Weg zu dem Peak führt uns immer wieder an lustigen Gesteinen vorbei, die wir auch am Gipfel vorfinden. Als hätte sie jemand dort ganzteilig hingelegt. Musik 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 Und weiter geht's auf dem Big Baldi Trail. Wir waren ja vorher hier auf dem Buena Vista Trailhead, das war der kurze Hike hier. Jetzt sind wir hier beim Big Baldi Trailhead und laufen hier zum Big Baldi hinauf. Und natürlich hoffen wir auch dort wieder eine top Aussicht zu haben wie vorhin. Wir entdecken sogar Murmeltiere, die sich auf den Winter vorbereiten. Musik Schon bevor wir an Big Baldi ankommen, fällt hier extrem das Ausmaß der Waldbrinde von 2021 auf. Es gibt auch kontrollierte Waldbrinde, um den Wald von Gläsern und kleinen Geäst zu befreien, denn so breiten sich dann die unkontrollierten Feuer weniger aus. Diese entstehen immer durch Sommergewitter und Blitzeinschläge in die hohen und wasserreichen Bäume. Ja, 2021 herrschte leider so ein Waldwand vor und man hatte wirklich große Mühe, ihn unter Kontrolle zu bekommen. Das sieht man auch definitiv in diesem Bereich hier. Musik Nachdem wir von hier aus einen guten Rundumblick hatten, geht es die knapp vier Kilometer wieder zurück. Im Übrigen sogar der längste Weg in der Umgebung. Musik Nachdem wir jetzt die zwei schönen Gäpfelchen gesehen haben, die auch schön einsam waren, geht es jetzt um den Wasserfall, dem Tokopafolz. Ja, gucken, was da so los ist. Musik 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 Wald und Felsen sind durchquert und wir sehen den Wasserfall. Tja, hier ist definitiv Vorstellungskraft gefragt. Im Frühjahr steht man vor einem mächtig großen Wasserfall, ja und im Herbst vor einem kleinen Rinnsal. So können wir es uns aber erlauben, im Wasserfall eine Pause zu machen. Musik 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 Wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg von dem Wasserfall und wie man gesehen hat, war jetzt nicht so viel Wasser dran. Musik Dafür war aber der Weg selbst sehr schön durch diese verschlungenen Waldwegchen, durch diese Felsformationen, durch die man da durchgegangen ist. Ja und jetzt lassen wir das Ganze hier noch ausklingen, kühlen die Füße hier im Wasser ab und gehen dann nur noch zum Auto. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020